In dem heutigen Video möchte ich Ihnen gerne zeigen, wie man einen EMS-Baustein an seinen Motor anschließt, ganz ohne Lokomotive etc. Es ist natürlich jetzt hier viel einfacher darzustellen, aber es ist vielleicht auch einfacher, weil eben eine Einbausituation, die vielleicht schwierig mit der Kamera einzufangen ist, das Ganze mal verdeutlicht. Ja, wenn wir uns in einem Modell das Ganze angucken, dann ist der Motor immer schön verbaut und in der Regel, so ist das bei Tricks zumindest, ist eine Seite mit dem Rahmen verbunden und die andere Seite, da gehen die roten Leitungen hin und das ist dann die Plusseite an dem Motor. Der Rahmen ist immer auf Ground, sprich auf Minus gelegt und geht dann auf die Mittelschleifer. Bei International ist dann das natürlich eine Außenseite und auch bei Fremdfabrikaten, die jetzt nicht für Tricks Express sind, ist das dann genauso. Also, ja, das allererste und das allerwichtigste ist, diese Verbindung quasi hier zu öffnen, die Plusseite von dem Motor. Das ist das A und O, denn hier schließe ich dann meinen Ausgang nämlich direkt an, quasi. Und wenn jetzt die Lok aber noch zusätzlich die Eingangsspannung hier drauf bekommt, dann reagiert das Ganze auch auf analog und noch viel schlimmer. Ich kann einen Kurzschluss bauen und man kann sich ausmalen, was mit dem Ausgang vor diesem Baustein passiert, wenn es zu einem Kurzschluss kommt. Das wird ja nicht lange mitmachen. Und dementsprechend muss man das einmal ausmessen, wo ist denn überhaupt mein Plus und wo ist mein Minus. Das kann bei manchen Lokomotiven, verdrahtungstechnisch, sieht man das sofort. Bei manchen muss man erst messen oder eine Messung machen, um das zu kontrollieren. Dann sage ich es mal besser so. Und wenn das der Fall sein sollte, das zeige ich jetzt einmal, wie das ist. Und deswegen reden wir auch heute über dieses Thema. Wenn ich jetzt den blanken Motor mal einfach durchmesse, wie viel Ohm hat der denn? Dann sehe ich, hat der jetzt 76 Ohm. Wenn ich den auf diese Piep-Funktion stelle, dann kann ich sogar Glück haben. Je nachdem, was ich für einen Motor habe, dass das Ding mir hier anfängt zu piepen. Da war es. Da hatte ich einmal so wenig Widerstand, dass er dachte, es sei eine unmittelbare Verbindung. Und das hat man leider, gerade bei den älteren Modellen, nämlich sehr, sehr häufig. Da habe ich dann wirklich einen Punkt, da ist er auch hier, man sieht das schön an diesem Pegel. Da ist er einmal bis runtergegangen. In dem Moment, wo ich nämlich zwei Spulen habe, einen Kontaktierer am Kommutator, da konnte man das richtig schön sehen. Da ist er auch wieder auf Null gegangen, hat aber nicht gepiept. Da war er auch wieder. Wenn ich das natürlich schneller mache, dann habe ich auch dieses Quietschen öfters. Ja, und das ist genau eben so ein Punkt, wie ich erkenne, dass ich am Plus bin. Wenn ich nämlich hier drehe, am Motor, dann verändert sich dieser Widerstand. Und ich weiß ja, wenn ich jetzt hier den Pin am Rahmen anschließe und auf der anderen Seite quasi von dem Motor messe, dann weiß ich, dass ich mit dem anderen Kontakt an dem Pluspol bin. Während hingegen, wenn ich jetzt, warum auch immer, direkt beide auf einen Lässe, machen wir es nochmal anders, machen wir direkt hier am Motor, dann habe ich jetzt in dem Falle natürlich Null Ohm. Manchmal kann da auch noch eine Drossel oder irgendein anderes Bauteil in den Lokomotiven dazwischen hängen, deswegen zeige ich das mal. Und wenn ich dann drehe, dann verändert sich dieser Wert aber eben nicht. Und so kann ich Plus und Minus herausmessen. Da, wo sich mein Widerstandswert ändert, da bin ich dann an dem Plus dran. Wenn ich jetzt den Plus vom Messgerät quasi hier rüber nehme. Und dann weiß ich, da ist der Plus. So kann man sich helfen, wenn das nicht ganz klar ist, was wie wo liegt. Ja. Wir verdrahten das jetzt einfach mal. Dafür verzinnen wir hier erstmal die Litzen von dem EMS-Baustein. Und wenn ich diesen EMS-Baustein angeschlossen habe, dann reagiert dieser Motor auch nur auf das EMS-Pult. Auf nichts anderes. Ich nehme nochmal zur Sicherheit hier ein bisschen Schrumpfschlauch. Da komme ich so gerade eben von hier aus ran. Ein bisschen lang. Das ist auch ganz wichtig in der Lok für eine ausreichende Isolierung natürlich zu sorgen. weil das nimmt der Baustein natürlich auch krumm an der Stelle. Das ist auch klar. Und führt natürlich auch dazu, dass er ausfällt. Und das wollen wir natürlich nicht. so. Und jetzt habe ich doch, nee, habe ich keinen Quatsch oder doch habe ich Quatsch gemacht. Weil hier brauchen wir nochmal eine Litze, die rausgeht zum Schleifer. oder zum Schleifer gehen würde. Ich lücke mal hier was ab. Hier würden dann noch Schleifer angelötet sein. So muss man sich das dann in der Lok vorstellen. Also hier hätte ich einen Punkt mit drei Verbindungen. Das ist auch für mich gerade schwierig hier zu löten. So. Und das gleiche hätte ich natürlich auch auf der anderen Seite. Mit dem Plus oder beziehungsweise mit dem Eingang. Da ist es aber nicht ganz so dramatisch. Denn gelb hier ist unser Eingang. das Eingangssignal und geht an die andere Seite ran. und das wäre das dann hier an meine Schleifer, Kontaktbleche, wie auch immer, würde das hier hingehen. So wäre die Verdrahtung. Und wahrscheinlich, weil wir zwei Schleiferpaare haben, geht das ja natürlich noch zu den anderen über. Und dann wäre dieses Konstrukt hier, diese Verbindung, würde dann dazu führen, dass der Motor wirklich nur auf das EMS-Signal reagiert. Das würden wir auch mal anschließen an meiner Teststation, dafür muss ich aber erstmal umbauen. So, andere Ansicht hier. Jetzt habe ich folgendes gemacht, hier rüber versorge ich das Pult, geht hier in meinem Umschaltkasten, ist auch jetzt gerade angeschlossen, das Ganze. Und, ja, ich denke man sieht, der Motor dreht hier oben, man hört das auch. Und, das Besondere ist halt, bei diesem neueren Baustein, die wir entwickelt haben, ist einfach, dass wir sehr früh eine Funktion haben. Und nicht bis Stufe 5 oder 6 erstmal aufdrehen müssen, der Motor dreht sofort. Und sogar, auch wenn er einmal dreht, sogar auch unterhalb von der Stufe 1. Das heißt also, ich habe bestmögliche Rangiereigenschaften und einen wunderbaren Lauf. Das ist ja jetzt eine Generationenmotor der neueren Bauart. Jetzt drücke ich den mal hier an, jetzt habe ich natürlich einen größeren Resonanzkasten hier, sage ich mal, geschaffen. Wenn ich ihn loslasse, aber driftet der mir hier einfach weg und wandert hier quer über den Tisch rüber. Aber man hört auch, wie schön leise der ist. Wenn ich jetzt hier die analoge Spannung aufdrehe, da passiert gar nichts. Der dreht sich nicht. Der geht hier nur wirklich auf das reine Analogsignal. Und so sollte es auch sein. Ja, und damit haben wir auch sogar heute die Frage geklärt, warum es sich nicht lohnt, einen alten Baustein aufzuarbeiten. Weil der alte Baustein hat einfach diese ganzen Fahreigenschaften nicht. Die, ja, im Endeffekt dieser neue Baustein einfach hat. Eben dieses schöne, sanfte Anfahren. Da lohnt es sich nicht, ja, den alten Baustein auch nur irgendwie anzupacken, zu verbauen. Sich einen Gebrauchten zu kaufen, wo die Bauteile auch am Ende sind. Die Mühe braucht man sich nicht machen. Ganz ehrlich. Das kann man sich bei dem Pult machen. Denn so ein Pult neu zu bauen, das ist schon eine Menge Arbeit, was ja da drin steckt. Und da lohnt sich das. Und da lässt sich auch nochmal richtig viel rausholen. Im nächsten Video werde ich zeigen, den Unterschied nämlich genau zwischen dem neuen Pult, also überarbeitet, gegen eines, was nicht überarbeitet ist. Wie das denn mit dem neuen, ja, Baustein so läuft. Ob man ähnliche Fahreigenschaften kriegt. Vielleicht geht das ein oder andere Bauteil hoch. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich hier selber überraschen. Was ich so erleben werde. Die Pulte, die ich ja hier in der Regel habe, haben eigentlich keine Funktionen mehr. Oder sind sonst irgendwie angeschlagen. Und zeigen Auffälligkeiten. Ich wage es jetzt einfach mal direkt anzuschließen. Vielleicht erwische ich eins. Oder sortiere mir eins aus, was noch irgendwie Funktionen hat. Und ich bin selber mal gespannt, ob man einen Unterschied auch hier erkennt. Ich denke oder bin mir da felsenfest, bin ich da überzeugt, dass man auf jeden Fall das Ganze sieht. Und wenn das EMS-Signal, was hier rauskommt, schon schlecht ist, dann werde ich das auch am Motor merken. Da bin ich von überzeugt. Aber das im nächsten Video. Und an der Stelle möchte ich mich einfach erstmal bedanken fürs Zuschauen, für die Aufmerksamkeit und sage bis demnächst.